Hallo zusammen, Alex Vesper hier für musikmachen.de. Vom Fender-Vertrieb, der vertreibt die Gretsch-Instrumente hier in Europa, kommen zwei Neuerungen, und zwar aus der Full-Range-Snare-Serie der Firma Gretsch. Die Brushed-Brass-Snares sind in Abmessungen 14x6,5 und 14x5,5. Das sind Messing-Kessel, Brass ist Messing. Die Kessel werden in Taiwan gefertigt, sind sehr, sehr gut gelungen. Es hat ein flaches, aber sehr weitgezogenes Snare-Bed eingearbeitet. Die Snares kommen mit Evans G1-Fällen und Hazy 300-Fällen. Der Teppich ist mit Plastik-Straps hier befestigt. Das mag ich persönlich eigentlich ganz gerne. Die meisten Leute mögen das vom Sound her nicht, aber für mich ist das eine sicherere Sache. Man kann nicht so viele Fehler machen mit einer Fehljustierung. Und diese Schnüre, die reißen mir schon mal. Also für mich ist das völlig okay. Okay, es kommen Triple-Flanch-Tubes, also dreifach geflanschte Stahlreifen hier zum Einsatz. Keine Gussreifen, das wundert mich ein bisschen. Aber trotzdem sind die sehr schwer, sehr dick geworden. Hier ist eine sogenannte Sicke eingearbeitet. Das kannte ich gar nicht für das Wort. Das heißt hier ein Verstärkungsring und das hat man dann so eingearbeitet. Jeder Lack hat hier eine kleine Einsparung. Das Stop-Sign-Badge hat man mit Gummi unterlegt. Das ist alles sehr, sehr wertig gemacht. Man sieht, dass die Patina ein bisschen hier, die variiert bei jeder Snare. Also wenn man sich so eine Snare kauft, hat man mit Sicherheit ein Unikat. Eine Side-Throw-Abhebung, die hervorragend funktioniert. Das ist alles sehr wert.